Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist Freitag und ihr wisst, wir blicken wie immer auf eine hoffentlich interessante XRP Woche und natürlich so ein bisschen auf den Ausblick, was hat sich getan, welche News gibt es? Gibt es möglicherweise wirklich bald ein Urteil? Ich weiß, es wird jede Woche irgendwie gesagt, ja bald ist ein Urteil, bla bla bla, aber wir haben jetzt wirkliche Aussagen von Brad Garlinghouse, dass es sich wirklich nicht mehr lange hinziehen könnte. Könnte natürlich auch den XRP Preis ein bisschen beeinflussen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt auf News etc. dann kommt da gerne rein. Natürlich alles for free. Gut und damit würde ich sagen, verdienen wir keine Zeit. XRP im 4-Stunden-Chart momentan bei 46 US-Dollar Cent. Kleiner Push heute Morgen oder heute Nacht, den wir bekommen haben. Leider kein höheres Hoch heraus entstanden. Das heißt, wir sind weiterhin in so einer kleinen Downtrend-Seitwärtsphase gefangen. Wir haben die letzten Tage schon mal darüber gesprochen, auch im Livestream gestern, dass ich ehrlich gesagt nochmal erwarte, dass wir nochmal diesen Bereich um 0,43 gerne nochmal testen sollten. Hier haben wir noch ein bisschen Liquiditätsansammlung, die gefischt werden sollte. Wir haben hier noch einen ordentlichen Wig, vor allem auf dem 1-Stunden-Chart. Schauen wir uns das jetzt mal an, da sehen wir, okay, wurde sehr, sehr gut aufgekauft. Und so richtig Schwung dahinter bis auf diese einen Kerze hier ist da jetzt bisher auch nicht gewesen, weshalb es echt gut wäre, hier unten noch diese kleine Ineffizienz zu füllen und diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone erst einmal zu füllen. Natürlich sollten wir jetzt, wenn wir uns jetzt mal hier das kleine Fit-Level ziehen von letzten Anstieg, hier jetzt ein höheres Hoch reinbekommen. Das heißt hier in diesem Bereich der 0,45, dann besteht auch die Möglichkeit, okay, wir setzen den Uptrend fort und kriegen hier möglicherweise einen Breakout. Bei positiven Vorzeichen bei Bitcoin und Ethereum kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil wir heute früh im Update auch schon darüber gesprochen haben, dass ich ein tieferes Tief eigentlich nochmal erwarte, um eine Bullish Divergence auszulösen. Das würde dann bei XRP dann eher für das Bearish-Szenario, also hier unten in Richtung 43, 0,44 US-Dollar-Cent sprechen. Ansonsten kriegen wir hier das höhere Tief rein und das hält und diese Liquidität, die wir hier in dieser 1-Stunden-Candle bekommen haben, sieht man hier unten ganz gut, wird abgefischt und wir stagnieren darüber. Dann sieht es gut aus, dass wir hier wirklich ein kleineres Breakout nach oben hin erwarten können. Auf Daily-Sicht, habe ich es auch gestern schon im Livestream dazu gesagt, habe ich so ein bisschen so die Befürchtung, nachdem wir ja letztes Jahr in dieser kleinen Seitwärtsphase waren, die wir hier unten dann am Anfang des Jahres bzw. im März hier durchbrochen haben, dass wir jetzt übergeordnet diese riesige Seitwärtsphase bilden. Da habe ich so ein bisschen so meine Bedenken, dass ich das möglicherweise ausspielen könnte. Wenn wir uns jetzt auch hier mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, von unserem Low bis zu unserem vorzeitigen High, sehen wir auch, okay, wir sind jetzt gerade momentan so in der oberen Hälfte. Wir haben das 0,5er hier momentan als Support, das würde dann auch wiederum mit dem 0,44 US-Dollar-Cent sehr, sehr gut übereinsprechen. Das FIP jetzt hier mal nur so ein bisschen als Prozentangabe sehen, bitte. Also einfach nur, wie die Range so aufgebaut ist. Da befinden wir uns momentan einfach in der oberen Hälfte. Das ist ein gutes Zeichen, solange die 0,44 hält, ist es auch meines Erachtens nach nicht so verkehrt. Wir haben den Retest gesehen, darüber haben wir ja auch gesprochen, von dieser alten Range. Sehr, sehr schön dann erstmal dieser Impuls. Jetzt noch so ein höheres Tief würde auch sehr, sehr gut eben zu diesen 0,44 US-Dollar-Cent passen, wenn wir das reinkriegen und daraufhin auch einen voluminösen Ausbruch nach oben kriegen oder bekommen. Dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nachhaltig ist und wir dann wirklich nachhaltig auch diesen Downtrend, den wir jetzt hier schon seit, um es nochmal festzuschreiben, April 2021 haben, hier wirklich mal nach oben hindurch brechen. Zwei Jahre andauernde Seitwärtsphase könnte sich so langsam ein Ende hindeuten. Brechen wir natürlich wieder nach unten, dann kann sich das Ganze auch noch bis August, September hinziehen. Und das ist auch so ein bisschen so nach dem Sommerloch, dass wieder ein bisschen mehr Liquidität in den Markt kommt und auch bei Bitcoin so Pre-Halving, also Vor-Halving-Pump ein bisschen kommt, könnte da gut möglich eintreffen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ganz kurz auf die News. Kann diese Textschnipsel den Ripple-Prozess entscheiden? Fußnote gibt Rätsel auf. Ripple verteidigt sich mit der Argumentation, die SEC habe es versäumt, eine Metrik zu etablieren, die klar definiert, wie Kryptowährungen eingestuft werden. Stimme ich absolut zu, es gab keine Was-Hin-Kryptowährungen, unter was zählen die sämtliche Informationen, die darauf hinweisen, dass die SEC möglicherweise erwog, XRP nicht als Wertpapier einzustufen können. Ripple helfen, Kryptoanwalt Dieter behauptet jetzt, eine entscheidende Entdeckung gemacht zu haben. Dieter meldete sich am 21. Mai auf Twitter zu Wort und erklärte, dass eine kurze Fußnote in einem juristischen Dokument von Ripple, die ihm erst kürzlich aufgefallen sei, bestätigte, dass XRP tatsächlich zwischen SEC-Mitarbeiter vor der Hinwennrede diskutiert wurde. Ja, die Hinwenn-Dokumente, wie gesagt, habe ich ja letzte Woche schon mal was dazu gesagt, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt und jetzt, wie gesagt, hat sich Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple, dazu geäußert am 25. Mai, dass er davon ausgeht, dass der Rechtscheid mit der US-Aufsichtsbehörde SEC in wenigen Wochen beendet sein sollte. Wir reden hier also nicht mehr von Monaten, sondern von Wochen, ob sich das wirklich so bestätigen könnte. Auf dem Ripple-Kurs hat es, wie gesagt, erstmal keine Auswirkungen, aber solche Dinge hört man natürlich gern, aber wie oft haben wir das schon gehört. Man sollte jetzt auch nicht zu euphorisch sein, auch wenn der Videotitel das wahrscheinlich verraten wird, weil ich hier ein bisschen Klickbrett erzeugen möchte. Nicht Spaß, aber da bin ich ja ehrlich, also muss ich ja nicht verheimlichen. Schauen wir einfach mal, was kommt, wie das Ganze auch mit den Hinwenn-Dokumenten sich weiter ausführt. Finde ich auf jeden Fall schon mal gute Aussagen, aber ganz ehrlich, auch wenn man CEO von so einem Unternehmen ist, willst du natürlich auch keine bearischen News verbreiten, dass du jetzt sagst, okay, das Ding zieht sich jetzt noch ein Jahr, willst du auch nicht sagen, dann lieber Wochen. Die Frage ist, was sind wenige Wochen? Für manche sind wenige Wochen ein, zwei Wochen, für manche sind wenige Wochen für, auf lange Sicht gesehen, vielleicht ein Jahr auch. Also einfach nicht so ein bisschen überinterpretieren das Ganze. Die News an sich deuten zwar so langsam oder möglicherweise darauf hin, okay, wir kommen vielleicht mal zu einem Ende, aber trotzdem zu sehr darf man sich hier auch nicht drauf versteifen. Ja, das war es erstmal wieder zu unserem kleinen Ripple-Update-Video. Kurstechnisch, wie gesagt, erwarte ich erstmal noch Kurse von 0,44. Das wäre ganz gut. Brechen wir natürlich mit einem höheren Tief hier nochmal raus und Volumen bestätigt. Sieht die Sache anders aus, aber die 0,44, das ist so momentan mein Ankerpunkt auch für eine potenzielle Long-Position. Wenn wir uns auch hier nochmal ganz kurz, das habe ich vielleicht jetzt gerade noch vergessen, das Fit-Level dazu ziehen, sehen wir auch, okay, passt auch mit dem Golden Pocket überein. Also viele Confluence in diesem Bereich eben zwischen 0,44 und 0,43, 80. Behaltet das im Blick. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zum Ripple-Update-Video. Ansonsten, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, werde ich das natürlich in die Telegram-Gruppe posten. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt es möglicherweise, ich glaube, doch, soll ein sonniges Wochenende werden. Guckt nicht zu viel auf den Chart. Like da lassen, Abo da lassen. Das war es von mir. Wir hören uns spätestens morgen früh wieder zum Ripple-Update am nächsten Freitag. Aber das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.